Oder ne gar nicht, DSL 1000 hatte ich glaube ich mehr, gab es hier in den Ort nicht, ja, ein Kuhdorf hier, mehr gibt es hier nicht und, äh, ja, das haben wir dann aufgeforstet hier schon mal schön und, äh, wollte ich jetzt sagen, eins, zwei, drei, na, alter, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 sechs merken. Danach erzähle ich die Story weiter, sechs, sieben, acht, neun, zehn, okay, gemerkt und dann, ja, und dann wollte ich sagen, ja, war Tom Raider Kanal und da kommen die meisten meiner Abos her, da hatte ich irgendwie 50 von oder so und, ja, und jetzt hat mein bestes Tom Raider Video irgendwie, irgendwas mit, ich glaube 85.000 Aufrufe und die anderen sind auch irgendwie knapp dahinter und, das ist so, das erfolgreichste von meinem Kanal, im Moment, ja, also mit Let's Place bin ich hier noch überhaupt nicht erfolgreich, danach habe ich dann, äh, ein paar Tutorials gemacht von Minecraft, beziehungsweise eins und, äh, da habe ich dann auch, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Aufrufe, ich weiß nicht, 7.000? Sind es schon 7.000? Ich weiß nicht, irgendwie so und hier halt meine Let's Place, die haben alle nur so ein paar Aufrufe, alles im ein- oder zweistelligen Bereich, im dreistelligen Bereich, wir haben keine Erde mehr, alter, im dreistelligen Bereich ist da überhaupt gar nichts, äh, mal ein bisschen, äh, leiser hier, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, schön, die kommen weg und, äh, oh, ist auch eine Hülle, zehn, dann zwei frei und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und dann zwei wieder weg hier und zwar der und der, dann haben wir hier wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, dann hier wieder zwei weg und dann schön eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, moah, hab ich mich, ich hab doch ein extra nachgezählt, Schwede, ähm, wo stimmt das denn jetzt nicht? Hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, oder? Nachzähl nochmal, Gott, ey, was hab ich denn hier schon wieder falsch gemacht? Eins, zwei, neun, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, richtig. Zwei frei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn und da weg. Alter, als wir doppelt und dreifacher machen wieder, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und hier schön weg und ist er jetzt richtig? Drei, neun, ja, zehn und hier sind drei, hier sind nochmal drei und da sind drei und hier fehlt einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Perfekt, das passt und dann schöner machen wir das hier so, so weg. Erstmal hier verschönern wir noch irgendwann, bis hierhin muss dann dann die ganzen Weg darunter, alles weg. Weißt du Bescheid? Da muss ja auch ne Baum weg. Ja, das wird ordentlich dauern. Ja, na ja, ja. Oh, was ist denn jetzt? Oh, unsere Hose ist kaputt, sehe ich gerade. Nicht so schön. Ist egal. Ist scheißegal. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich hoffe natürlich, also das wird jetzt auch ein Netzplay-Kanal bleiben hier. Das macht mir so riesen Spaß. Am Anfang habe ich halt nur Walkflows gemacht, weil ich da kein wirkliches Mikrofon hatte und eigentlich auch nicht sprechen wollte. Hätte ich nicht so wirklich Lust drauf. Aber das hat sich jetzt geändert, weil ich gemerkt habe, das macht mir richtigen Spaß. Das habe ich damals nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, du ist doch scheiße, wer will mich denn da labern hören überhaupt? Ja, nur andere Leute haben halt gezeigt, sowas wird angeguckt, wenn man es halt ordentlich verpackt und da auch ein bisschen lustig ist und so weiter und so fort, dann kommt das gut an. Und das ist natürlich mein Ziel, mich da immer irgendwie zu verbessern, dass das halt gut ankommt. Dass ich... Oh, schon wieder Assassin's Creed. Hier ist aber was los heute, ne? Ähm, ja. Das ist so halt das Ziel von mir. Nicht wahr, hier Let's Play-Kanal zu machen, ja. Wenn ich Glück habe, hören in der nächsten Zeit auch irgendwelche anderen Let's Player auf, die im Moment noch ziemlich berühmt sind, weil die hinterlassen dann ja so ein richtiges Loch, ne? Die Leute, die die dann geguckt haben, die wissen dann nicht wohin und vielleicht kommen dann die einen oder anderen zu mir oder zu anderen geströmt, weil, klar, also ewig wird man so Let's Plays nicht machen. Irgendwann ist da, denke ich mal, schon die Luft draus. Bei mir jetzt richtig, ich hab ja gerade mal angefangen vor ein paar Monaten, weil da sind ja schon manche jahrelang dabei und da ist dann vielleicht schon bald Ende bei den einen oder anderen. Ich glaub, so ein paar, die haben schon seit ein paar Monaten keine Videos mehr hochgeladen. Keine Ahnung, ob die nur in der Kreativitätspause gegangen sind oder so, ja. Aber das ist ja dann schon mal, zumindest für meinen Kanal, eigentlich nicht schlecht, wenn da so ein paar aufhören, ne? Das ist ja dann Konkurrenz, ne? Ein bisschen Konkurrenz weniger. So. Scheiße, ey. Wie weit? Boah, wie weit muss das denn? Scheißendreck! Scheißendreck! Alter! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das müsste hier richtig... Schhh... Komplett falsch! Was? Oh, ja. Hier ist auch die Lücke und verdammt. Schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und... Äh... Ja, das ist richtig! Eins. Zwo, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So muss das sein. Schon wieder dunkel hier. Wir bauen hier durch. Alter, das werden so langweilige Aufnahmen für euch, glaube ich. Schön, schön, schön. So. Und dann einer noch. Also nochmal... Zehn. Das können wir schon mal machen hier. Warte, erstmal hier zwei. Eins, zwei. Und dann... Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und scheen. Da. Bis da. Bis da. Gott. So, bis hier. Und dann machen wir noch zwei weiter. Damit hier nicht so abrupt Ende ist. Schön, dann müssen wir durch den Berg durchbuddeln. Okay, bis hierhin geht's dann insgesamt. Können wir uns hier... Alter, was wir da abtragen müssen. Jetzt gehe ich jetzt mal pennen. Scheiße, ey. Das ist doch eine Monsterarbeit. Ich glaube, äh... Hm, ich habe so eine Idee. Ich glaube, wir können uns ein bisschen TNT craften. Und dann kann ich dann einfach wegspringen, den Berg. Tja, schöne Idee. Sehr schöne Idee. Äh... TNT, wie geht das? Ich glaube... Warte, erst mal hier ein bisschen... Ein bisschen hier abspecken. Abspecken. Ablagern hier die ganzen Ramsch, was wir dabei haben. Ah, ne, das ist falsch. Alter. Ähm... Was haben wir denn hier? Die und... Ach, schlag mich tot. Die können weg. Die Pflastersteine können auch weg. Hier unten nehme ich genau da. Und, äh... Ja, was denn noch? Der Sand. Sandsteine haben wir hier. Genau. Die Erde behalten wir natürlich. Habe ich ja gesagt. Die... Die Kohle kann weg. Werkbank behalten wir mal lieber. Und... Schön. Dann machen wir das da raus. Und dann... Die verarbeiten wir dann auch alle komplett zu Holz. Alter, ist das viel. Dann machen wir uns Zäune draus hier komplett. Komplett Zäune. Also, nicht ganz komplett, aber so. Wir brauchen da eine Menge Zäune für. Das ist ja alles abgetan da. Äh... Schön, ne? So. Und hier... Hier... Was ist denn? Bier. Da. Alter. Ein bisschen wenig, ne? Zäune da. Ich dachte, da kommen mehr bei rum. Scheiße. Ja. Das ist eine Hundsarbeit hier. Möchte keiner machen. Aber einer muss es ja machen. Wir sind's. Wir machen die Arbeit, die Drecksarbeit. Scheiße. So. Komm, hier. Die können auch weg. Ja, wenn dat nicht genug Zäune sind, weiß ich auch nicht. Ne, warte. Müssen wir ja gar nicht stecken. Müssen wir ja gar nicht. Hm. Ich glaub, dat reicht nicht. Und wenn doch, dann... Haben wir Glück. Den haben wir Glück gehabt. So. Schön. Weg damit. Da. Bumm, bumm. So. Den Rest behalten wir hier. Ich möchte auch noch ein paar Stöckchen behalten. Ja. Ja. Warte. Was sind dat jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stacks. Also irgendwie 360. Irgendwann schlag mich tot. Zäune. Schön. Dat wird nicht reichen. Oder? Doch, 360. Das müsste reichen. Und wenn nicht, haben wir schon fürs nächste Projekt, wenn wir irgendwann mal Zäune brauchen, wieder welche. Ah, jetzt haben wir einen Apfel. Was finde ich denn mit einem Apfel? Viel so gesund. Alter Schwede. So. Ähm, was, was wollte ich hier noch holen? TNT wollte ich machen, ne? Was braucht man denn dafür? Ich glaub, Schwarzpulver und... Boah, ich hab... Hab ich noch nie gemacht. Keine Ahnung. Kann doch sagen, man dann hier die Feuersteine für braucht. Äh. Guck ich mal. Ich hab keine Ahnung. Du merkst schon, ne? Ich glaube... Sand oder Kies braucht man dafür. Ich nehm mal... Ah, wie war das mit dem TNT? Das wär nämlich jetzt richtig cool. Schön, ne? So ein schön TNT. Äh. Ne, so war's nicht. Scheiße. Schwarzpulver auf jeden Fall. Das ist... Das ist... Acht Stück. Ja, das... Da kommen wir schon weit mit. Schön, schön, schön. Ja, das reicht. Zwölf. Perfekt. Da können wir... Ordentlich den Berg wegsprengen. Kies Creeper umnatzen. Weil wir nix mehr haben an... An hier... Dingsterbumser... Schwarzpulver, so heißt das. Jetzt gehen wir pennen. Ist ja noch dunkel, oder? Ja. Ich hab mich auch gewundert, wenn's schon wieder hell gewesen wäre. Jetzt. Ah, es geht. Miam, 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 miam. Ah. Alter. Was? Wer hat meinen Raben geklaut? Das kann doch nicht wahr sein. Mein teurer Bogen. Damit hab ich die Weltmeisterschaft 2012 gewonnen. Ja, ey. Wenn ich dir in die Finger kriege, die intimischen Kinder. Da waren doch bestimmt hier die Zeugen Jehovas. Die kleinen Viecher da. Also nicht die Erwachsenen Zeugen Jehovas, sondern die Mini-Zeugen Jehovas. Die sollen mir nur herkommen, ey. Verschwinde, du scheiß Zombie und... Komm hier, scheiße. Oh. Ausgewichen. Oder auch nicht. Brenne. Brenne. Verdammt. Ich weiß gar nicht. Äh, fällt mir grad mal so ein. Wofür gibt's überhaupt Gammelfleisch hier von den Zombies? Damit kann man doch nix anfangen. Und wir haben unser Pferd da stehen lassen. Der arme Gaul. Der geht drauf hier. Scheiße. Armes Pferdchen. Hoffentlich lebt er noch. Wurde nicht verkloppt. Ich weiß ja nicht, ob das bei den Zombies irgendwie zur Leibspeise zählt. So ein Pferd. Oh, lecker Salami. Oh, hab ich schon lange nicht mehr gegessen. Oh, lecker. Mit Ledersattel. Und Eisenrüstung. Ah, da freuen sich die Zähne. Ein bisschen Mineralien hier. Oh, verdammt. Mario-Mucke. Schön, schön. Also, wir gehen jetzt hier rein und machen kabumm. Alles kaputt hier. Erstmal die Bäume abholzen. Das holzen wir nämlich mit. Schön. Und dann wird uns dann ordentlich Arbeit sparen. Mit dem TNT hier. Ne. Ähm. Runter da. Scheiß Bau. Warum wächst du auch hier? Hier ist Wachsverbot. Okay, das ist alles. Warte. Ähm. Bis wohin ist das? Da mache ich dann aber so einen Durchgang kurz hin. Und... Ähm. Scheiße. Ich buddle mich hier einmal kurz durch, damit ich zumindest weiß, wie weit das ist. Das geht ja schnell mit unserer Imba-Spitzsacke hier. Ist ja ruckzuck erledigt. Alter, hier drin muss ich aber ausleuchten. Jetzt kommen hier gleich Zombies raus. Oder noch schlimmer Knieper. Ah, da sind wir schon. Okay, schön. Der Baum hier muss noch weg. Hier ist auch so ein kleiner, so ein kleiner Durchgang, so ein Tunnel. Der wird dann auch verschwinden. Und... Schön. Bis da hoch. Und der Baum kann dann bleiben. Denke ich. Alles klar. Dann... Ja, machen wir mal hier so eine Treppe. Und dann... Hier machen wir die erste Ladung TNT rein.